Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir die KNX Tast-Sensor-Serie Tenton von Buschjäger vor. Der Tenton wurde bereits 2018 auf den Markt gebracht, damals noch unter dem Namen KlimaEco und wurde nun umgetauft. Wenn man sich den Tenton jetzt mal ein bisschen näher anschaut, fällt direkt eines auf. Er hat weder ein großes Display wie der MDT-Class-Taster, noch hat er irgendwelche Spezialfunktionen, die man heutzutage eigentlich vermutet. Jetzt fragt man sich, warum machen die das? So betrachtet verfolgt Buschjäger eigentlich damit genau den Gegentrend zu den zurzeit stark gehypten, smarten Tastsensoren und geht eigentlich den konsequenten Weg wieder auf einfach zu bedienende KNX-Taster mit einer guten Auswahl an Funktionen und das auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich auch verhältnismäglich skeptisch diesem Tastsensor gegenüber. Jetzt aber, nachdem ich mich mit ihm ein bisschen mehr beschäftigt habe, muss ich sagen, er hat eine klare Daseinsberechtigung. Es gibt nämlich viele Kunden, die wollen explizit nicht smarte Tastsensoren mit Display und zig Zusatzfunktionen und ich glaube, da hat der Tenton eine gute Daseinsberechtigung und diese Funktionen des Tastsensors, die zeige ich euch gleich ein bisschen näher. Was beim ersten Anfassen des Tasters direkt auffällt, ist die wirklich gute Haptik und auch die Verarbeitungsqualität. Die muss man fast sagen, ist bei den neuen eben benannten Tastern häufig ein bisschen in den Hintergrund geraten. Die Haptik vom Tenton ist wirklich sehr schön. Das Tastgefühl macht fast schon Spaß, um es so zu sagen. Es wackelt nichts in der Dose, es sitzt souverän in der Wand und ich denke mal, das ist auch ein großer Punkt, der für den Tenton spricht. Er passt super auch in das Bild zum Schalter und zur Steckdose und es sieht nicht aus wie irgendwas anderes und verschandelt auch stellenweise nicht das Bild im Raum. Wie ich schon fast gewohnt, lasst uns jetzt gemeinsam mal einen Blick in die Applikation werfen, um zu schauen, welche technischen Details im Taster verborgen sind. Wir schauen uns zunächst mal die Geräte-Grundeinstellung an. Je nach Ausführung des KNX-Sensors stehen natürlich verschiedene Funktionen zur Verfügung. Wir betrachten uns hier die Vollausstattung mit CO2 und Luftfeuchtigkeitsfühler. Das Display kann ich verhältnismäßig gering parametrieren. Ich kann sagen, ob die Ist-Temperatur angezeigt werden soll, den CO2-Wert, die relative Luftfeuchte, das Datum und die Uhrzeit. Das Ganze kann man im Intervallwechsel anzeigen lassen, dass es dementsprechend hin und her wechselt. Was bei einigen KNX-Sensoren dieser Art immer wieder ein Problem war, war der Tag- und Nachtbetrieb, dass man also im Nachtmodus die LEDs abdunkelt, dass es nicht irgendwie abends nervt. Das hat der Tenton natürlich auch mit drin. Nicht ganz so komfortabel, wie es andere am Markt haben, aber an Betracht der sonstigen Applikationen ist es vollkommen ausreichend. Die primäre Funktion ist eine Thematik, die eigentlich in anderen KNX-Sensoren von Busch Jäger mit integriert ist. So gibt es die Möglichkeit, ähnlich einer Putsch-Funktion beim Glas-Taster von Busch Jäger, dass man also die Taste 1 und 2 dementsprechend belegen kann mit einer Grundfunktion, die immer im Raum zur Verfügung stehen muss. Im Taster selbst ist ein Raumtemperaturregler integriert, sprich man braucht nicht unbedingt die Regelparameter im Heizungsaktor. Das ist eine Geschmackssache, ob man es im Sensor oder im Aktor haben möchte. Was hier eine ganz nette Geschichte ist, finde ich, dass man nicht nur die interne oder die externe Messung verwenden kann für den Temperaturmittelwert, sondern man könnte hier sogar noch sagen, dass zwei externe Messwerte zur Berechnung hinzugefügt werden und die interne von dem KNX-Sensor, um somit eine einigermaßen genaue Berechnung darzustellen. Der CO2-Sensor, wie schon gesagt, ist auch einzeln aktivierbar. Hier im Unterschied zu anderen Sensoren am Markt handelt es sich um einen echten CO2-Sensor und nicht nur um einen Sensor, der das berechnet. Relative Luftfeuchtigkeit, auch immer eine sehr gute Funktion im Wohnbereich. Die Tastenpaare, also sprich die Tasten 1 und 2, bilden immer einen Funktionsblock, genauso wie in dem Fall der Funktionsblock 2 und Funktionsblock 3, was dann die Tasten 3 und 4 bzw. 5 und 6 sind. Am Anfang war ich ein bisschen überrascht über die Anzahl oder die Art des Aufbaus der verschiedenen Applikationen. Es ist natürlich auch machbar, dass wir sagen, die Taste links soll eine komplett andere Funktion haben als die Taste rechts, beispielsweise bei Szenen oder wenn ich eine Doppelfunktion auf eine Taste legen möchte. Was Buschäger hier weiterhin durchgezogen hat, ist die farbliche Kennzeichnung der einzelnen Tasten. Das heißt, in der Form kann ich entweder sagen, es ist eine Statusbeleuchtung, das wäre ganz klassisch grün und rot beispielsweise, beziehungsweise ich kann das natürlich auch hin und her stellen. Oder die Thematik der Funktionsbeleuchtung, die sich eben bei Buschäger durchzieht, dass ich für verschiedene Gewerke verschiedene Farben annehmen kann. Bei allgemeinen Funktionen kann ich jetzt verschiedene Zusatzfunktionen noch hinzufügen. Logikgatter, Torfunktion, Verzögerung und kann somit noch ein paar Zusatzfeatures mit auf meine Anlage bringen. Wenn man sich diesen Taster jetzt mal angeschlossen anschaut, so sieht man hier die Displayanzeige. Ich habe im Mittelfeld die aktuelle Solltemperatur groß dargestellt. Im oberen Bereich ist jetzt die Solltemperatur angegeben und hier im rechten Bereich wird jetzt die Anzeige umgeschaltet zwischen der Luftfeuchtigkeit und dem CO2-Gehalt der Luft. Die Tasten lassen sich, wie gesagt, farblich auch dementsprechend anpassen. Ich habe es hier einfach nur ein bisschen rumgespielt mit Blau und mit Rot. Von der Seite vollkommen ausreichende Funktionen in meinen Augen in dem Gerät. So dass auf jeden Fall für jede normale Anwendung dieser Taster auch ausreichend ist. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch mal einen Blick drauf geworfen, auf welches Schalterprogramm passt der Tenton denn am besten. Man kann fast sagen, es passt eigentlich nur die Buschäger Accentline-Schalterprogramme optisch gut dazu. Das heißt, wenn ich diese mit dem KNX-Tast-Sensor in einer Symmetrie aufbaue, sieht es auf jeden Fall vernünftig aus. Andere eckige Programme passen natürlich auch dazu. Man sieht aber dann leichte Unterschiede in der Breite der Rahmen. Ja, soviel dazu. Ich denke, der Tenton hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung in der Zeit, wo alle Tastsensoren immer smarter, immer bunter, immer mehr Display-Charakter haben. Ich denke schon, dass es jede Menge Kunden und jede Menge Nutzer gibt, die eigentlich nur einen Tastsensor haben möchten und dafür ist der Tenton perfekt geeignet. Die Applikation ist gut aufgebaut, sie hat einige Funktionen mit drin. Das Display ist jetzt ein wenig oldschool, will ich mal so sagen, aber auch da wird, denke ich mal, in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen nachgebessert. Preisleistung vom Tastor ist wirklich schön. So ein Tastsensor liegt bei Anfang, Mitte 100 Euro und somit eine sehr gute Price-Range. Wenn du Fragen hast zur KNX Tastsensor-Familie Tenton, wenn du Fragen hast zu den Produkten, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an. oder ruf uns einfach an. Also ein Tastsensor-Familie Also ein Tastor-Familie oder ruf uns einfach an. Tastor-Familie 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 govens